War es das schon? Stimmt nicht, es geht dann erst los. Was war denn das? Da war doch was. Nein, es ist nur die Sonne. Die, 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 die Sonne. Da geht es lang. Und hier ist nichts. Ich habe lange keine Kräuter gesammelt, ne? Und die liegen ja nichts. Vielleicht ist da auch mal was dabei, womit ich eine Schweine machen kann. Wie irritieren das Lichter. Ich will Kräuter sammeln. Na gut, ich lasse es. Hier kommt doch gleich irgendwas. Hier ist nur ein Wasserfall, keine Höhle wie so oft. Und eben hier lang. Und da kommt man gar nicht so richtig hin, wahrscheinlich. Mal kurz probieren. Kann ich irgendwo einstellen, dass ich die Trollzunge nicht verwende? Hier, schnell. Hier. Ah, das ist doch toll. Sehr gut. Warte mal auf die Karte gucken. Hier, ich bin also ganz weit weg vom Lager gerade. Da muss ich hin, nach rechts. Ne, da muss ich erstmal nach links gehen, wenn das so ist. Okay. Du tust mir jetzt aber nichts, oder? Ja, da muss ich hin. Ja, da muss ich hin. Was soll ich hin? Was soll ich hin? Da müssen wir auch hin? Oh, ja. Da muss ich hin? Damon? Oh, ja. Was soll ich hin? Ja? Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist ja. warte mal kurz ganz kurz ganz kurz ganz kurz geht mir mal nicht auf die nerven ich ach nein ich nehme mein allseits beliebtes weg 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 zu den bogenschützen so da bin ich wieder und ich folge einfach doch mal der quest mit dem banditen kann ich mich immer noch später anlegen wenn ich hier die standarte gefunden oder muss ich ich muss so und so zu den banditen oder was gibt es hier keinen anderen weg ah ja das ist ja unglücklich wozu ist denn das das ist ja dumm was soll das denn ja tschüss ich ah das ist gut dann muss ich nur mit einem ja feuer hast du gesagt habe ich so verstanden deswegen musst du dich nicht im felsen verstecken komm mal wieder raus da ja dann halt feuer okay wenn du das unbedingt willst lass dich looten lass dich looten hast du nichts jetzt hier kommt bitte der nächste achso jetzt kann ich runterspringen ah hilfe warte mal komme ich vielleicht doch von der anderen seite der lässt sich echt nicht looten der ist einfach verschwunden der sack na gut wisst ihr was das geht hier nicht Ah, prima. Yes! Und du lässt dich auch nicht looten, stimmt's? Ach, ihr seid alles Säcke. Gut, dann weiß ich ja jetzt, dass ich hier hin und her kann. Verdammt das! Ich muss halt diese loswerden, ne? Yes! Da! Was hast du davon? So, dann lass mich mal kurz vorbei. Ich möchte den hier noch. Hier, ich mag mal wieder einen nur nach dem anderen haben, bitte. Das wär nett. Da ist die Schwalbe gerade aktiv. Ne, ich hab gar keine Schwalbe genommen. Das ist ja lustig. Stimmt ja. Wo war denn jetzt der andere? Ne, ne, ich möchte den Kampf schon zu Ende bringen. Also so ist es nicht. Hallo? Ah, da war noch einer. Entschuldigung. Hab ich übersehen? Ich hab dich ganz übersehen. Nimm's mir nicht übel. Hä? Ich hab das nicht so gemeint. Natürlich hab ich auch Interesse an dir. Auch du darfst sterben. Das ist alles kein Problem. So. Das soll ja keiner zu kurz kommen. Aber die machen sich alle vom Acker, oder was? Silbererz hat der. Wow. Ach, das war gar nicht er. Ihr habt mich vollkommen durcheinander gebracht hier. Ach, hier war dann das noch. Okay. Das sind Neckar. Naja, brauch ich nicht wirklich, ne? Ist hier was drin? Ah! Müsst ihr mich immer so erschrecken? Ah, das werden wir immer mehr. Hört mal auf. Hallo? 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 Ich seh' nichts. Ich seh' einen Scheiß. So, komm mal her. So. Lasst ihr euch denn wenigstens looten? Das wär' ganz nett. Du verkohltes Stück. Das kann ich vielleicht eher gebrauchen, als immer das ganze Neckar-Zeug. Warte mal. War's das? Warte mal. Das könnte nicht gewesen sein. Ich seh' hier vielleicht noch. Mein Medaillon will nicht. Da drüben. Eventuell. Ah ja. Ja, das mach' ich. Und die Habchen mögen vielleicht Fützen. Warte mal. Was ist das? Was? Was ist der rote Punkt? Das irritiert mich. Der rote Punkt ist gar nichts. Okay. Nein. Büsche können wir nicht durchqueren. Wir erinnern uns. Oh, was ist da oben? Mal kurz da hochgehen. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes. Wow. Ja, eine schöne Aussicht, aber sonst. Aha. Müssen wir da dann lang durch die Spalte. Nehmen wir's mal mit. Ah, hier kann man nur rüber. Ach, hier ist das... Aber Katakomben müssten doch eigentlich unterirdisch sein, oder? Hm. Das sieht aber ziemlich richtig aus. Na gut. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Stimmt. Na, wo ist sie, Emma? Sie ist in der Luft gestorben, okay. Ja gut, die Hapien, die können uns irgendwie gar nichts. Fall doch nicht runter, ich will dich einsammeln, verdammt. Hier, der war so freundlich in der Luft, so... Nein! Obwohl, wenn ich da runter will, warte mal. Der liegt da unten, wie komme ich nochmal da runter, wenn ich hier rüber gehe, dann komme ich da und dann komme ich da... Ja, nee, bleib, bleib da liegen. Aber hier, dein Freund nehme ich mal eben noch mit. So. Und wieder springen. Alter! Alter! Wenn ich ab und zu so warte, wundert euch nicht. Ich versuche nur, Angriffe zu sammeln, damit ich blocken kann. Ich muss weg! Ich muss mal kurz weg! Ich muss mal kurz weg! Nee, das sieht nicht gut aus. Warte mal! Ah, zu viele, zu viele! Zu viele! Zu viele! Zu viele! Und hier kann ich wieder... Wartet mal! Ich muss mich mal eigentlich ein bisschen erholen. Ich will halt nicht sterben, wegen so ein paar Harpchen, die eigentlich harmlos sind. Aber diese Konterschläge kann ich halt nur ausführen, wenn ich lange genug blocke und die mich angreifen. Puh! Puh! Okay! Einsammeln! Warte! Hey! Hey! Ja! Nee, das nicht. Warte! Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ja, gut, reicht auch! Oder was? Leute, lasst mich in Ruhe. Sollte ich vielleicht gleich mal die Schwalbe nehmen? Ach, hier ist ein Nest. Wow, ähm, was kann ich denn anfangen mit dem magischen Kristall? Questgegenstand, hm. Ich komme hier gar nicht lang. Ich bin wegen dem magischen Kristall hier hochgesprungen. Dann geht es doch hier unten lang. Ich kann hier leider nicht runterspringen. Hier kann ich auch nicht runterspringen. Komm ich hier runter. Okay, okay, okay. Hä, wad, 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 wad. Ah. Da ist der Eingang. Nein, da ist nicht der Eingang. Aber da. Okay, ein guter Zeitpunkt, um zu speichern und tatsächlich das Spiel zu beenden. Wir werden erst in der nächsten Folge in die Katakomben eindringen. Bis dahin, tschüss. Definitivität. Danke. Vielen Dank.